Innovation ist kein Zufall, sagt der Geschäftsführer unseres nächsten Preisträgers. Und so steckt hinter den stetigen Innovationen des Anlagen- und Verpackungsmaschinenbauers ein professionelles Ideenmanagement. An sogenannten Pitch Days hat jeder Mitarbeiter die Chance, seine Ideen vorzustellen. Zusätzlich sammeln Ideascouts regelmäßige Einfälle von Mitarbeitern ein und geben sie an das hauseigene Innovationsmanagement weiter. Die besten Ideen werden im eigenen Haus oder in einem Start-up umgesetzt. Denn sowohl interne Verbesserungen als auch neue Geschäftsmodelle gehören zum Erfolg dazu. Und so sitzt nicht nur am Hauptstandort in Beckum eine Innovationsabteilung. In Berlin hat das Unternehmen einen Inkubator für neue Geschäftsmodelle. Und in Dortmund forscht man mit enger Bindung zur Universität an der Logistik für digitale Geschäftsmodelle. Ein Unternehmen, das seine Türen für Ideen weit öffnet. Wir gratulieren der Bäumer Group.